Giovanni Zarella setzt Familie über alles. Obwohl er als Schlagersänger erfolgreich ist, kommt für ihn die Familie immer an erster Stelle. Selbst nach späten Auftritten fährt er mitten in der Nacht nach Hause. So kann er am Morgen seine 16-jährige Tochter zur Schule bringen. Dies verriet der Ex-Brosis-Star letzte Woche im Interview mit der Zeit. Seine Kraft schöpft er aus seinen Beziehungen und seiner Arbeit. Ich habe die Freizeit komplett gestrichen, erklärte der Musiker offen. Er brauche keine Tage, um für sich zu sein und durchzuatmen. Die Zeit mit seiner Familie sei für ihn Erholung genug. Früher war das allerdings anders. Vor 20 Jahren stand seine Karriere im Vordergrund. Doch heute muss Giovanni trotz seines Privatlebens nicht auf Erfolg verzichten. Erfolg setze ich damit gleich, das tun zu dürfen, was man liebt, sagte er derzeit. Beruflich läuft es für ihn bestens. Seit 2021 moderiert er die Giovanni Zarella-Show im ZDF. Vor zwei Monaten feierte er dort sein dreijähriges Jubiläum. Seit 2005 ist der Italiener mit Jana Ina Zarella verheiratet. 20 Jahre zusammen und noch mehr werden folgen, schwärmte seine Frau im April auf Instagram. Gemeinsam haben sie zwei Kinder und teilen die Liebe zum Showgeschäft. Die Brasilianerin moderiert selbst Events und TV-Shows. Die Brasilianerin unter der Sprache vorangefragen. Geisentium auf Alaubone. Die Brasilianerin im ZDF-Shows.